Er ist ein ganz normaler Familienvater. Seine Kinder lieben ihn über alles. Für seine Frau bedeutet er das größte Glück ihres Lebens. Aber insgeheim träumt er von den anderen Frauen. Und er hat einen perfekten Plan. Er spielt mit seinen Opfern. Er quält sie. Er tötet sie. Fünf Frauen, drei Leichen. Die Zeit läuft ab. Judas Wiebe, der neue Thriller von Ben Berkeley. Auch als Hörbuch.